Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge hier von Let's Play Minecraft Staffel 6 und hier hängt eine Fackel, die kommt da weg. Ich habe mich in der letzten Folge mit dem Thema befasst. YouTuber Stress. Dieses Thema liegt mir wirklich sehr zu Herzen, denn es ist ein Thema, was zumindest ein Drittel, ich möchte es nicht übertreiben, aber ich glaube, dass ein Drittel von YouTube darunter leiden tut. Zumindest von den Kanälen. Und diese Kanäle können ja alles Mögliche sein. Ich möchte auch darauf hinweisen, dass, wenn ihr in dieses Thema einsteigen wollt, ruhig mal die letzte Folge angucken könnt. Ich möchte jetzt hier keine Werbung machen für meinen Kanal, nur ihr kommt wahrscheinlich besser im Thema mit, wenn ihr die letzte Folge dazu gesehen habt. Stimmt ein wenig besser für euch. Ne. Das lassen wir jetzt mal so. Aus Gründen. Genau. Und da ist die Musik still. Hey. Ich habe nämlich vor jeden Tag ein Video hochzuladen. Mindestens eins. Ich hatte früher Stress damit, dass ich jeden Tag ein Video hochlade, weil ich unbedingt wenig aufnehmen wollte, nah bei der Community sein wollte. Mit Vorschlägen. Da aber die Community bei mir nur halb aktiv ist, also ich möchte jetzt nicht sagen, überhaupt nicht aktiv, weil sie ist schon aktiv, merkt man ja einerseits an den Aufrufen, andererseits, dass mir einige gesagt haben, dass sie meine Folgen auch täglich schauen. Es sind schon einige dabei. Nur sind es eben wenige. Drei Stück, glaube ich. Und die schaffen es ja auch nicht jeden Tag, die Folge anzuschauen. Gut. Ich habe jetzt angefangen, 10 Minuten Parts zu machen. Ist eine gute Sache. Ich wollte dann noch Viertelstunde gehen. Viertelstunde ist auch für Minecraft ein blödes Format, weil ich dann entweder viel Schneidarbeit habe, was natürlich auch dazugehört. Andererseits passt das? Ja, das passt. Das passt. Andererseits ist es auch ein wenig aufwändiger. Und weil ein Tag elf Minuten dauert und die Nacht plus die Nacht gerechnet sind es dann insgesamt 20 Minuten. Kann man ja schon sagen, dass die 20 Minuten Marke so ca. bei zwei Schlafgängen liegt und das ist doch eigentlich perfekt. Es deckt super den Tag ab und das ist doch auch plan der Sache. Hier geht es nicht weiter. Wir müssen schon in unserem Rahmen bleiben. Ist schon hoch. Aber ich möchte natürlich hier das Loch noch weiter nach unten buddeln. Wir kriegen natürlich auch ein bisschen Kohle raus, dass wir ein Level steigen können. Das gefällt mir natürlich auch. Genau. Ich habe mir dann so gesagt, du bringst jetzt einfach mal jeden Tag eine Folge raus, aber machst das anders. Ist mir jetzt auch nochmal klar geworden, wo ich jetzt zur Berufsschule gefahren bin, weil ich da eine Woche nicht da war. Ich konnte über mein Handy jetzt perfekt auch die ganzen Kommentare regeln, sei es denn unter fremden Videos oder unter meinen Videos. Ich konnte perfekt auf Kommentare eingehen, obwohl ich nicht zu Hause bin und wenn ich jetzt mal längere Zeit weg bin, also das heißt nicht keine Videos rausbringen, sondern nicht zum Beispiel mal in den Urlaub fahre, habe ich dann auch nicht mehr das Problem. Jeden Tag vielleicht wegen der Auslandsflat etc. Kommt drauf an, wo ich in den Urlaub fahre oder fliege oder etc. Ob ich dann auf die Kommentare reingehen kann, ja, da kann man ja ein Infovideo draus machen aus einer Folge, wo man dann sagt, heute kommt mal keine Minecraft-Folge, heute kommt mal ein Infovideo. Deswegen kommt ja jeden Sonntag auch ein Plan raus, ein Upload-Plan, wo ihr ganz genau wissen sollt, was die Woche so ansteht. Infovideos kommen natürlich nur, wenn Infos da sind und wenn zu dem Zeitpunkt gerade keine Infos da sind, dann ist das wohl so. Nur, wenn ich jetzt mal ein gutes Beispiel nenne. Ich muss die Fackel ja nochmal umsetzen. Die kommt da an. Ne, da. Zack. Gutes Beispiel genannt. Ich bin jetzt ja eine Woche nicht da gewesen. So hat sie angefangen. Das war mein Grundgedanke dann auch danach. Warum machst du dir eigentlich so einen Stress? Und das Video vom Tattel habe ich letzte Folge drüber gesprochen. Könnt ruhig nochmal dort einschauen. Hat mich dann zum grundlegenden Entschluss gebracht, das so zu tun. So. Ich möchte das jetzt nicht endgültig jetzt, ich bin voll, noch weiter in die Länge treiben. Dieses Thema. Es ist zwar sehr interessant, man kann sich auch über große Flächen darüber ausschweifen. Und zwar, ich werde jetzt wahrscheinlich zu einem Termin ein oder zweimal im Monat würde da sein, mich dazu entschließen eine ganze Aufnahmesession zu machen. Diese Aufnahmesession wird darin bestehen, dass ich mir sage, okay, du nimmst jetzt auf, tust das dann noch verarbeiten. Das verarbeitete kannst du ja danach rendeln. Nach dem Rendeln geht es ab in die Uploadbox und da wird das dann planmäßig eingestellt. Ganz einfache Chose. Und das mache ich dann mal mit so den Videos, die ich da gerade aufgenommen habe. und in der Zeit wo die dann so Tag für Tag 9 Uhr kommt das jeden Tag raus. Übrigens, die Minecraft folgen täglich 9 Uhr, Montag bis Sonntag. Und am Wochenende kommt da sogar Formel 1, wenn es klappt. Letztes Wochenende hat es nicht geklappt. Aus technischen Gründen. Ich weiß nicht, ob das Rennen noch gekommen ist, weil ich mich gerade noch in diesem Wochenende befinde, an diesem Samstag. Ihr merkt wahrscheinlich gerade, dass bei mir jetzt noch Oktober ist, zum Bleistiften. Bei mir ist jetzt noch Oktober. Bei euch ist schon November. Und das ist zum Beispiel auch eine grundlegende Sache, die ich dann auch als Nachteil rausbeziehe. Ihr könnt die Folgen gucken, täglich, jetzt 10 bis 20 Minuten. in der Spanne soll das ungefähr ablaufen. Gut, es gibt Folgen, die sind auch mal ein bisschen länger. Es gibt Folgen, die sind auch mal ein bisschen kürzer. Und es ist letztens aufgefallen, du kommst in eine Folge, du musst die Folge nach dem Tagesrhythmus von Minecraft aufnehmen. zum Beispiel jetzt, das Minecraft-Projekt. Das ist jetzt eine Folge, nur mal kurz was trinken, ich bin etwas heiser. Da kommst du jetzt mitten im Tagesgeschehen raus. Also so mitten am Tag. Nimmst du deine Folge auf und denkst dir mal gerade nicht dran. Oh, es wird Nacht, ich gehe schlafen. Bist du im Schlafenrhythmus? Ich gucke jetzt noch extra nach. Dann nehme ich auf. Circa 9 Minuten 50. Legst dich dann in dein Bett, wenn es geht. Jetzt, ne? Und drückst auf die Aufnahme-Stop-Taste. Hast noch gar nicht mal 10 Minuten aufgenommen. Der Trikot ist wahrscheinlich noch da, darum geht es jetzt auch ein bisschen später auf. Hast noch gar nicht mal deine 10 Minuten aufgenommen und dann stopfst du schon die Folge. Ist glaube ich vor ein paar Folgen passiert. Da war die Folge nur 8 Minuten 40 lang oder so. Schaut nicht so hübsch aus. Also mir gefällt es dann eher, wenn die Folge zwischen 10 und 20 Minuten lang ist, ne? Ist dann eher mein Fall. Dann kommt dann auch noch verschiedene Spiele mit in den Uploadplan und wenn man verschiedene Spiele im Uploadplan hat, wird das dann nochmal ein bisschen chaotischer. Und zwar habe ich das jetzt mal als Beispiel na, ich lasse die mal anonym. Ich möchte ja niemanden verteufe. Das sind super Kerle. Ist eine Gruppe, eine Let's Player Truppe. Und die Let's Player Truppe die gucke ich auch fast täglich. Natürlich, wenn ich jetzt in der Berufsschule bin, geht das natürlich nicht, weil man die auch eine bestimmte Kapazität hat. Und diese Kapazität ist auch nicht so berauschend, weil das WLAN da auch nicht so prickelnd ist, logischerweise. Da ist zwar mit dem Preis drin von der Unbekunft, aber nun gut. Ich schweif schon wieder ab. Die Kerle, es sind sechs Leute. Die sechs Leute haben einen geregelten Uploadplan, der sich immer mal ändert. Die achten auf gutes Sandnäß, auf gutes, guten Inhalt, weil natürlich auch ein bisschen lustig rüberkommen. Das schaffen sie auch. Da muss man auch immer mal schmunzeln. Es gibt da immer mal ein kleines Best of von den letzten Szenen. Und das ist eigentlich eine super, super Abwechslung. Die sind jetzt nicht die riesengroßen Superlettsplayer, aber auch mit wenig Abonnenten schafft man viel. Und wenig Abonnenten sind für mich nicht zehn Abonnenten. Das sind sehr wenig Abonnenten, meines Erachtens nach. Ich selber habe auch sehr wenig Abonnenten, meines Erachtens nach. Meine persönliche Einschätzung von mir ist, dass ich immer noch sehr wenig Abonnenten habe. Aber das kann man nicht an, wird gefunden. Und dieses Finden, das regt einige wahrscheinlich auf. Ihr kennt doch bestimmt die Spiele, Pay-Domin, oder? Die Pay-Domin-Spiele. Spiel, eine gewisse Zeit lang. Ich habe die Höhle gesehen, meine lieben Freunde. Ist sogar eine Schlucht. Ist eine Schlucht. viel Eisen. Das Lied passt dazu. Ist ein neues Lied. Habe ich noch nicht gehört. So abenteuerlich, so entdeckerlich. Schön. Kleine Gänsehauten. Könnte aber auch daran liegen, dass es etwas Kalt ist. 21 Grad bei mir im Zimmer hier. Genau. Und dieses Finden. Das langweilt manche. Weil sie den Sinn von YouTube dann nicht so verstehen. Manche missbrauchen das. Kaufen sich Abonnenten und kaufen sich Aufrufzahlen. Was meines Erachtens nach, wenn man kein Plus macht, mit den Klicks, wegen der Werbeeinnahmen, macht das für mich keinen Sinn. Denn, wenn man sich welche kauft, gibt man ja Geld aus. Deswegen macht man ja Minus. Weil da müsst ihr ja Millionen von Abonnenten mit Millionen von Klicks haben pro Video. Aber, wenn man dann trotzdem pro Woche ein Video hochlädt, oder jeden Tag ein Video hochlädt, ist das dann ja jedes eine Sache. Aber ich schweife schon wieder ab. Wir waren ja bei dem Let's Player Kanal stehen geblieben mit den sechs Leuten. Diese sechs Leute bringen auch jeden Tag ungefähr zwei bis fünf Videos raus. Sei es denn Multiplayer oder Einzelspieler. Das sind natürlich Einzelprojekte mit drin. Das wechselt auch immer mal. Kommt eben drauf an, was die gerade so anstößt. ob es schöne, schöne Spiele dabei sind oder nur so immer mal Bullshit Game gibt es natürlich auch die Spiele. Da kommt man nicht dran vorbei. Ja. Boah, der hätte es schon wieder stehen geblieben. Bei den Bullshit Spielen. Bei den Trash Spielen. Müll Spiele. Wer kennt sie nicht? Es gibt sie und es wird sie auch immer geben und viele können aber nichts dafür, weil die eben noch nicht so gebildet sind, sage ich jetzt mal. Oder sie wollen schnell ein Spiel rausbringen. Zack, 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 zack. Jetzt sind wir auf dem Weltmarkt. So, ja, es ist jetzt zwar auf Steam oder anderen Plattformen erhältlich und es tun auch ein paar kaufen. Ist jetzt nicht so der Premium-Titel, aber wir spielen das einfach mal und gucken, wie es bei den Zuschauern ankommt. Und das hat diese Truppe auch mit einigen Spielen geschafft. Manche Spiele werden natürlich auch gehypt von der Steam-Community oder Spiele-Community an sich und die Truppe macht zurzeit jetzt auch sehr viele Livestreams über Spiele, die jetzt vielleicht einigen was sagen, einigen nix sagen und das trifft die Zuschauerquote ein bisschen in die Höhe. Und das ist dann wieder eine Sache, wo ich sage, cool, die haben jetzt mehr Zuschauer. Da müssen sie auch ein bisschen mehr zu den Zuschauern hingehen. und das schafft die Truppe natürlich auch. Und bei einer Truppe, darum wollte ich jetzt den Vergleich mal zwischen den Einzelnen und der Truppe machen. Wir nehmen jetzt mal das Beispiel der sechs Mann. Es können natürlich auch drei Mann sein oder so. Die teilen sich das rein. Die haben noch immer Freizeit, die gehen auch alle arbeiten. Das ist nicht ihr Hauptberuf YouTube. Und die gehen alle arbeiten und das ist natürlich auch gut, dass man das macht, denn wenn man mit YouTube selber Geld verdienen möchte, ist das ein weiter Weg. Sehr weiter Weg. Manche schaffen den nicht, weil sie manche Kriterien nicht beachten. Sei es denn Kriterien, die man also jetzt von der Machenschaft her, wie man das so rüber nimmt. Macht jetzt ein Video. Gut, das ist hochgeladen. Zack. Kriegst ein Kommentar. Antwort. Du kriegst aber nie eine Antwort auf den Kommentar. Also wenn man da nicht auf das Video antwortet, auf das Video, und den Kommentar antwortet, wenn da jemand geschrieben hat, sei es denn noch so ein themlicher Kommentar. Wir nehmen jetzt mal das Beispiel, du hast jetzt ein Gameplay hochgeladen. Sei es drum, welches Gameplay das ist. Dir schreibt jemand einen Kommentar. Mit der Fassung. Hallo so und so. Also der Name, der das Video hochgeladen hat. Komm mal. Dein Video ist wirklich schön. Ich habe dir ein Like dagelassen. Es wäre schön, wenn du auch mal bei mir vorbeischauen könntest. Jeder kennt glaube ich diese Art von Kommentar. Sei es denn anders gestellt oder nicht anders gestellt. Diese Art von Kommentar ist zum Beispiel ein ganz großes Zeichen dafür, dass ein anderer nicht so viele Aufrufe bekommt. jedenfalls schafft es immer mal einer davon rauszustechen. Ist einfach berühmter, weil er eben auch die Videos macht und eigentlich gar nicht für dieses Thema angefochten ist. Richtig. Ich schäte hier gerade mal ein wenig von Zapfersap. Ich kriege zur Zeit ganz viele Nachrichten von ein und demselben. Ich lasse ihn mal anonym, weil er ist wirklich schon groß genug. Er hat über hunderttausend Abonnenten. Er hat weit über hunderttausend Abonnenten. Ich glaube er hat sogar über siebenhunderttausend. Von diesem bekomme ich Nachrichten. Wo ich den ersten Kommentar gelesen habe von ihm war mir natürlich klar. So ein großer nee niemals. Dann habe ich von Delfino gehört dass er bei ihm auch kommentiert. Ein ganz kurzer Kommentar ist das er immer. Ist der Enrico noch da? Ja, er ist noch da. Ganz kurzer Kommentar wo er sagt hier dein Video ist nice und hat einen Link drunter wo man unbedingt draufklicken soll. Aber wir reden mal in der nächsten Folge weiter darüber. Ich verabschiede mich jetzt erst mal und sage euch bis morgen zur nächsten Folge. Ciao Ciao, ciao. 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 Ciao.